Ja Moinsinn, es wird wieder Zeit für Salmon One. Wir haben ne Gold Rotation am Start, wo nur exklusive Bärwaffen am Start sind, die mega OP sind und langsam wird es auch mal Zeit, dass die Waffen zurückkehren. Wir gehen rein. Da muss ich wirklich sagen, es sind zwar nur Kleinigkeiten, die nicht wirklich nochmal angekündigt werden oder so, aber sowas erfährst du dann halt nur ingame. So, man hat keine Ankündigung oder so bekommen oder so, dass diese Bärwaffen zurückkehren. Ja, das müsst ihr diesmal halt einfach ingame erfahren. Das werden wir euch nicht ankündigen. Aber, naja gut, ich habe jetzt hier die Sniper am Start, auch wenn ich jetzt nicht so der Sniper-Fan bin, aber da die ja so schnell schießt, habe ich damit kein Problem damit. Na, schade, den habe ich jetzt nicht bekommen. Beiseite mit euch. Okay, ihr habt den. Oh, ihr könntet man bitte mal weggehen, das wäre ganz nett. Warte mal. Nee, nee, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. So, ich dachte schon, das wäre das Nächste oder so, das sah jetzt gerade komisch aus. Ja, sobald ich, sobald ich eine Sniper, egal welche Art, ich kriege einfach nichts gebacken. So, okay, die Snack ist gerade erledigt worden, sehr schön. So. Auch nicht, wenn sie sind, das sind jetzt zwei von diesen Snakes. Ich kacke ab. Okay, einer ist weg. Dann kommt noch dieser Grablachs noch hier. Oh, Bruder. Oh, Bruder. Der gibt es die erste Wave. Nee, wir haben eine Kiwi, die Bruder haben wir wenigstens schon. Das ist schon wichtig und richtig. Oh, nein, ich höre, nein, oh mein Gott, es lag, die Switch kommt praktisch in der her. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich glaube, ich muss vielleicht doch ein bisschen leiser, man muss gucken, ein bisschen laut rüber. Sorry für den kleinen Cut. Ich habe bis jetzt nicht so oft zählen, wenn man eine Aufnahme gespielt, deswegen muss ich immer drauf achten, damit der einigermaßen viel seht. Wie halt oben links zum Beispiel, das hat man halt einfach nicht gesehen, aber ich denke da halt nicht immer dran. So, der Regenschirm finde ich jetzt nicht so geil, weil der mega langsam ist, aber der ist wenigstens so stark, dass diese Regner... ...trotzdem elendlich krepieren. Es gibt so wirklich so Boss-Symoniten, die übel abfacken, ey. So. Ne? Na komm. Da sind aber wieder viele am Klauen. Nee, der drei Stück am Start. Nee, verzieh dich mal. Nein, Mann, gib mir die Nerven, Mann. Weg damit. Nein. Oh mein Gott, das war ja so dumm. Oh mein Gott, das war ja mega dumm. Ja, das ist jetzt doof. Ne, ich habe noch ein Eier am Wanderen. Ich habe noch ein Eier am Wanderen. Oh mein Gott. Mann, warum muss ich jetzt diesen Sloshot bekommen? Mann, ich bin den so langsam. Das war stark, aber ich bin das einfach nur mega langsam. Und der Tintenverbrauch ist einfach viel zu viel. Oh mein Gott. Nein. Ich bin jetzt einfach tot. Komm, bitte macht was, bitte macht was. Dankeschön. Okay, passt wunderschön. Sideway überstanden. Wenn ich was solides kriegen würde, wäre ich schon zufrieden. Von mir aus ist dieser Regensturm da. Da gefällt mir persönlich sehr gut. Ach so, ich habe, okay, ich habe den Splatina bekommen. Ist okay, ich habe das Gefühl, ich könnte dafür nichts reißen, weil der auch so langsam ist. Aber egal, ich bin auch schon elendig krepiert wegen dem hier. Ich glaube, das ist das erste Mal, weil der Splatina dabei war, war glaube ich, beim ersten Bikorn gewesen kann das sein, weil davor war da glaube ich gar nicht gewesen. Könnte mich jetzt nicht daran erinnern, dass das jetzt schon so war. Oh ja, vorher. Aber okay, gut. Der ist halt auch sehr stark, dass er diese Regner zum Beispiel auf One Hinten kann. Das ist dafür halt übelgeil. Das kriegt zwar nicht jede Waffe hin. Oh nee, Bruni. Na hä? Ja, jetzt wäre ich schon fast krepiert. Okay, passt. So, jetzt alles nach vorne schleudern. Oh, ich habe alle beide direkt gehabt. Nein, 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 bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Och nee, jetzt muss ich andere mir auf den Nerven gehen, bitte verziehe dich mal, Dankeschön. Warte mal, ich kann auch One Hinten, oder? Ich wollte schon sagen. Okay, die Kuh, da haben wir wenigstens, die Kuh, da haben wir wenigstens. Nein, 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 nein. Ey, dass selbst die Switch halt überhaupt nicht klarkommt, ne? Oh mein Gott. Ich glaube, jetzt kommt eine extra Wave, kann das sein? Ja, war klar, das ist nämlich voll, deswegen. Ey, ich hoffe, in der neuen Season kommt ein Neu-O-O-Simoniden. Ne, ich kann dieses Relax so nicht mehr sehen, wirklich. Es nervt mir, ich glaube, nur noch for real. Ach, und jetzt kriegt man natürlich ein DC rein, alles klar, Däger. Also, wenn wir das schaffen, wäre das schon irgendwie krank. Oder warte mal, wir ziehen ja auch so viel ab. LOL. Wir ziehen ja auch einfach so einigermaßen viel ab, da brauchen wir da. Ah, nee, es ist slow tight. Boah, ich dachte schon, ey, ich wäre schon tot oder so. Als ob wir auch mit den Bärwaffen einigermaßen viel abziehen. Hey, das ist ja voll krass. Da brauchen wir die ja gar nicht. LOL. Ey, ich finde das gerade voll lustig irgendwie. Ich weiß nicht, wieso, aber ich finde das gerade voll lustig. Weg mit dir. So eine große Reichweite hat es dann doch wieder nicht. Wir können es einfach so besiegen. Ich wusste gar nicht, dass die Bärwaffen so krass sind. Däger, hätten wir diesen DC nicht, ne? Die hätten wir schaffen können. No joke, wir hätten das schaffen können. Was für ein Müll, Alter. Äch, Mann. Deswegen will ich eigentlich nicht mit Dwayne spielen, aber ich hab, ich hab keinen, Alter. Es geht mir übelst auf die Nerven. Ach, Bruder. Oh, nee, Alter. Schafft euch besseres Internet, Däger. Ich hasse das, wenn irgendeiner die sieht, ey. Egal, ob das Salmon Run ist oder Turf oder Wankt oder was weiß ich wo. Däger, es nervt. Mann, ey. Wir hätten das sogar so schaffen können, ne? Aber, dass diese Waffen so stark sind, dass man noch nicht mal diese, 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 diese goldenen Fischeier braucht dafür oder so. Damit, also, damit hab ich so gar nicht gerechnet, also jetzt mal wirklich nicht gerechnet. Ach, nee, wir haben es ja doch trotzdem irgendwie geschafft, weil das ist ja nur extra Wave, ne? Das ist, glaub ich, dann nur für irgendeinen Spezialbonus, glaub ich, ne? Trotzdem, weil wir ja die drei Wellen geschafft haben. Ja, okay, dann ist es ja eigentlich gar nicht mal so schlimm. Dann ist es eigentlich gar nicht mal so schlimm. Dann, äh, hab ich mich umsonst, äh, drüber aufgeregt. Äh, sorry. Okay, dann war das ja doch wenigstens eine gelungene Runde. Ist zwar auch ganz gellig, wenn man mal die extra Wave-Mannschaft so ab und zu mal. Passiert nicht immer. Aber, naja. Oh, mach mal nochmal, mach mal nochmal. In der Hoffnung, dass es nochmal so gut läuft. Ach ja, und noch eine Kleinigkeit. Ich weiß nicht, ob man das hier, äh, sieht. Es ist ein anderes Stuhl anwesend. Und, äh, den musste ich mir, äh, noch einen holen. Also, es ist zwar, im Endeffekt ja irgendwie ja auch mein, mein Stuhl. Aber erstmal als Alternative. Deswegen, im Stream ist mir nämlich, folgendes passiert. Ich glaub, mein Stuhl ist grad am Arsch. Ähm, äh, ja gut, äh, das ist jetzt ein bisschen doof. Aber, dass er auf einmal einfach rippt ist, ne, irgendwie schade, weil ich den Stuhl irgendwie nur so ein, ich wollte grad sagen, einen Monat. Aber, das ist ja ein Jahr, den ich, den ich nur besitzt. Beziehungsweise, ja, ich hab den nur ein Jahr besessen. Irgendwie komisch. Oh, Digga, ich will den nun doch nur nach oben. So, gar kein Ding. Ich kann das Viech one-hitten. Okay, oder der Sniper macht das halt. Oh, ist, ist, ist okay. Ist okay. Nein. Ja, ey, danke, Digga. Random-Mates sind so nervig, Digga. Die denen keine Rücksicht auf die anderen, ne. Ist den scheißiger. So, umfärben bitte. Dankeschön. Ich krieg der doch was hin. So, ich will mal versuchen, dass ich mich hier um den Stabler kümmere, weil der geht übel auf die Nerven. So, du machst den Abgang. Da machst du halt keinen Abgang. Aber jetzt machst du einen. Hä, was soll das? Ich wollte schon sagen, Alter. Oh, Bruder. So, haben wir es jetzt. Bitte, bitte, bitte. Jetzt hab ich keine Tinte mehr. Ach, ja, komm, Digga. Ich könnte so wieder ausrasten. Ja, geil. Wenn wir uns am Start versuchen wir den Tag. Es hat sich leider nicht geräumt. Wenigstens haben wir die erste Wave trotzdem so weit überstanden. Es ist so lächerlich. Deswegen mag ich zwei Bärwaffen überhaupt nicht. Und das war gerade einer davon. Also nicht die Bär-Sniper. Ich bin zwar kein Sniper-Typ, aber ich finde ihn sogar ganz cool. Aber Bär-Splattern und diesen Bär-Schwabber mag ich nicht. Jetzt sind wir einfach so langsam. Ist halt einfach nicht meins. Überhaupt nicht. Rein theoretisch? Ach, nee. Das so zu machen ist irgendwie mega dumm. Dann lieber reinlaufen für den Fake und dann... Attacke. Ich weiß nicht, was effektiver ist bei der Bär-Sniper. Ey, weder schnell hintereinander schießen oder einen Schuss aufladen und dann schießen. Wüsste ich überhaupt nicht. Oh mein Gott. Ja, ich habe den Grabplatz schon gesehen. Deswegen muss ich ganz kurz nochmal schnell flüchten. So, mach mal den hier. So, dann passt das. Oh, Bruder. Mann, mach doch mal den Stapler weg, Mann. Bruder. So, ich mach den einfach mal weg. Okay, der ist wenigstens weg. Ja, Digga, hallo. Ich kann ja nichts machen. Mach den doch mal weg. Warum existieren diese Bosse, Digga? Ich hasse... Ich hasse diese Stapler-Fiescher, ey. Wirklich. Warum existieren die, Alter? So, gib mir mal was anständiges, bitte. Ja, okay. Auch so viermal dasselbe, ja. Wenn der Zufall so krass reinschallert, wenn alle dasselbe haben. Irgendwie gefällt mir das nicht, wenn alle dasselbe haben. Hab ich immer das Gefühl, das wird nichts. Von mir aus kann gerne nochmal eine extra Wave kommen. Weil da brauchen wir dann die Fische ja gar nicht. Rein theoretisch. Okay, ich hab noch reingetroffen. Was ist so viel los, ey? Ich spür schon die Legs. Es ist die letzte Welle und ich hab noch alle beide an Ulz. Na, nee, schade. Na, komm, scheiß drauf. Was? Och, Mann, Alter. Mann, dieser Fly-Fisch mit seinen nervigen Missals, Alter. Und der Stapler-Dämoner am Leben ist. Kribbiert doch, Mann. Ich hasse dich. Ich hoffe, existierst du. Bruder. Ganz nervig. Degel. Ich muss erstmal wieder Zinder aufladen, ey, um da wieder hier ordentlich zu schießen. Los, komm. Was ist mit dem Team? Ach so, der hat nur gewartet oder so, damit er den Flow machen kann. Okay. Gut. Ah, nee, das hab ich nicht mehr. Nee, das hab ich nicht mehr, schade. Oh, das wär nochmal cool gewesen. Okay, das wird die letzte doch geschafft haben. Das hat mich jetzt auch ein bisschen gewundert. Wenn alle dieselbe Wache haben. Ja, moin. Ohne Witz, ich hab damit jetzt wirklich nicht gerechnet. Ja, gut. Nicht immer das Schlechte drin sehen, ne? Wenn das Mensch mehr gegen mal wieder, mal wieder komplett kaputt ist. Immer wieder gefühlt. Ja, bis vorhin noch solide Runden. Wir haben zwar die Extra Wave zwar nicht geschafft, aber wenigstens die drei Wellen. Und wir hätten die Extra Wave sogar schaffen können, wenn wir nicht alle kribbiert werden und einen DC gehabt hätten. Aber, naja. Splatoon, wie wir es kennen und lieben, mit all seinen Problemen. Okay, gut. War doch für die Aufnahme schon mal ganz schön. Ich lasse es dabei. Ich hab 80 von 99. Ob ich jemals überhaupt wieder Legende werde, das ist... Ja, stelle ich mir die Frage. Vielleicht werde ich es ja irgendwann mal wieder. Aber, naja. Dann würde ich sagen... Oh, das ist ja gerade irgendwie perfekt. Das ist zwar für einen Salmon-Man zwar sowieso egal, aber... Ja, trotzdem sage ich, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr nichts verpassen wollt. Dann abonnieren und die Glocke, um bei jeder Kleinen Nennigkeit benachrichtigt zu werden. Sei es Videos, Streams, von mir aus auch Shorts. Und, ja, da würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und tschau Leute, macht's gut.